Ich hab Sex, ich hatte Sex, oft sogar. Führen Sie aus. Sex mit dem Teufel. Sie Ärmste, dann ist Ihr Mann wohl ein ziemliches Monster? Nee, nee, nee. Der Mann ist schon okay. Gut gebaut sogar. Also ich sag Ihnen mal jetzt was. Mit dem kann man Pferde stehlen. Vor allem im Bett, natürlich. Ach so, ja. Gehen Sie ins Detail. Also ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Aber der kann irgendwie die rechten Kneppe drücken. Aber wenn ich dann komme, dann seh ich plötzlich die Fratze des Teufels vor mir. Ja, aber wissen Sie, im Eifer des Gefechts, da können einem Mann schon mal die Gesichtszüge entgleisen. Sind Sie denn verheiratet? Nein, freilich, freilich. Aber der Franz, der ist, der ist ein bisschen ein Langweiler im Bett. So, nun deswegen hab ich jetzt auch den Bintang, ne? Das ist ein Hengst, sag ich Ihnen. Aha. Sie haben bei Schlaf mit einem Pferd. Sagen Sie mal, was haben Sie denn für schmutzige Fantasien? Natürlich nicht. Der Bintang, das ist doch bloß ein Indonesier. So, gut. Und Sie reiten auch vor genanntem Indonesier und betrügen so Ihren Mann? Nee, 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 nee. Mit dem Bintang bin ich natürlich auch verheiratet. Moment mal, was heißt natürlich auch? Dann sind Sie ja zweimal verheiratet. Na ja, ich werd doch auch älter. Aber ich kann Ihnen eins versichern, katholisch bin ich nur einmal verheiratet. Und mit dem Indonesier? Na, da haben wir auch geheiratet. So ganz schön, romantisch, am Strand, so mit allem Tam Tam Tam, ne? Da kann man doch nicht ahnen, dass so ein schöner Asiate auch ein Muhammedaner sein kann. Äh, der ist ein Muslim. Ja. Ja, ich hab dem gesagt, ne, wenn du nicht rüberkommst zum Christentum, ne, dann ist nix mit Sex Bintang, ne? Ja. Aber ich sag Ihnen was, der mit seiner scheiß frauenfeindlichen Religion, ne, der kommt mir nicht mehr an die Wäsche. Bin ja schließlich katholisch, ne, wo die Frau noch was zählt. Ja, nun nicht grad in der Kirche so, aber drumherum schon. Und, äh, was sagt der Mann? Welcher jetzt? Ja, der andere, der nicht hängst. Der ist doch jetzt hier gar nicht wichtig. Ich red doch jetzt von Bintang. Ich schick den mal hier zu Ihnen in zur Beichte, da können Sie den mal so richtig schön den Kopf waschen. So in dem Sinne, was, wenn der nicht sofort zum Christentum übertritt, dann kommt der in die Hölle. Und Sex mit mir gibt's dann auch nicht mehr. Das wär aber wirklich schade. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen da helfen kann. Also, ich meine, dafür bin ich ja gar nicht ausgebildet, also, so als missional. Vielleicht wär's ganz gut, wenn der Indonesier erst mal zu seinem Imam gehen. Nee, nee. Ich schick Ihnen den Bintang hierher und dann können Sie ja im Schnellverfahren den Christentum draus machen. Nein, ich kann doch auch die Vielehe gar nicht gutheißen. Ich meine, vielleicht wäre es eine Lösung, wenn Sie zum Islam übertreten, weil da gibt's ja die Vielehe. Gut, also, gibt es denn jetzt noch etwas, was Sie beichten möchten, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Ich jetzt? Nö, wieso? Na ja, also, wenn Sie mich fragen, mir würde da schon einiges einfallen, was Sie beichten sollten. Ach so? Was denn? Na ja, also, zum Beispiel, wie Sie mit uns Männern so umspringen, so vom hohen Ross runter. Ich liebe die Männer, ja. Wahrscheinlich viel zu viel. Aber wie kann denn Liebe Sünde sein? Aber ja, das erlebe ich doch jeden Tag hier. Also, ich schlage vor, wir einigen uns jetzt erstmal auf den Ehebetrug. Ich würde Ihnen diese Sünde vergeben, wenn Sie eine Woche lang freiwillig am Nachmittag im Flüchtlingsheim helfen. Ja gut, das können wir machen. Das heißt doch auch so schöne Männer geben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lassen Sie mir die Männer da in Ruhe, Herr. So spreche ich Sie frei von der Sünde der vielen Männerei. Amen. Gut, aber wenn der Bindhang dann hier auftaucht, dann lassen Sie mir nicht so billig davon hier kommen. Also, das gibt's ja wohl gar nicht. So, jetzt müssen Sie drei Wochen dort aushelfen und ich will keine Widerrede mehr hören. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020